Die Bachelorette, Regeländerung! Das gab's noch nie 20 Männer wollen sie, nur einer kann sie haben, Bachelorette Nadine Klein, 32, hat ab dem 18.Juli die Qual der Wahl. Welcher der Jungs wird ihr Herzbube? Die Schönheit folgt auf Jessica Paszka, 28, die im vergangenen Jahr ihre letzte Rose an David Friedrich, 28, vergab. Apropos Rosen, in diesem Jahr haben wir nicht nur ein besonderes Auge auf die letzte Blume, die Nadine nach sieben Doppelfolgen vergeben darf, sondern auch auf das erste blühende Ticket in die nächste Runde. Denn anders als ihre Vorgängerinnen, darf die fünfte Bachelorette ein Stängerchen schon bei der Begrüßung verteilen. Welcher der 20 Single-Männer hat sie mit dem ersten Eindruck derart begeistert, dass ihm diese Ehre zuteil wird? Bald ist es soweit, die diesjährige Bachelorette wird unter 20 Single-Männern ihre große Liebe suchen. Die Fans sind von den diesjährigen Kandidaten jedoch alles andere als begeistert. Wer bekommt die erste Rose gleich beim ersten Aufeinandertreffen? Eines sei der schon mal gesagt, die Strategien für den perfekten ersten Eindruck könnten nicht unterschiedlicher sein. Welcher der liebeshungrigen Herren am ersten Abend schon wieder die Koffer packen muss, erfahrt ihr heute, 18. Juli, ab 20.15 Uhr auf RTL. Die Begrüßungsrose ist übrigens nicht die einzige Neuerung der neuen Staffel. Auch wird es, ebenso wie bei Bachelor Daniel Wülz, 33, nach Ende der Show eine Wiedersehensfolge mit allen Kandidaten geben. Geschmack G dreht G dreht G dreht 25